So, damit Willkommen zu einem letzten Beziehungspart von Skyrim. Ja, Skyrim war schon mal so, ich kann schon mal 35 bis 40 Minuten werben, fokussieren. Okay, hier waren wir hin. Ja. Mit dem Ende des Jahres neigt sich auch. Das Ende dieses Let's Plays entgegen, obwohl wir mit der Story wahrscheinlich noch nicht ganz durch sein werden. Ich muss ihn nicht wieder Wachdienst schieben. Gute Arbeit. Lasst mich mal sehen. Sie wissen besser über unsere Pläne Bescheid, als ich dachte. Das gefällt mir gar nicht. Oh, was ist das denn? Festung Schneefalke fordert Verstärkung an. Wir werden sicherstellen, dass sie keine bekommt. Einen Augenblick, ich muss erst noch ein paar Korrekturen an diesem Bericht vornehmen. Hier, bitte. Sorgt dafür, dass diese gefälschten Dokumente den Legaten in Mortal erreichen. Das sollte sie in die Irre führen und uns einen Vorteil verschaffen. Das sollte vielleicht so wie der Boot aussehen, wie ich da hin will. Woher muss ich überhaupt hin? Hier muss ich hin. Okay, noch nicht entdeckt. Da muss ich wohl ein bisschen reißen. Und auch das Pferd ist da. Erstmal hingabt mit uns. Wenn wir kurz vor der Stadt sind, werde ich mal... Ach du Scheiße. Bin nicht guterfallen. Ich möchte mal schauen, dass ich mich vielleicht noch ein bisschen umziehe. Um davon nicht kämpfen zu müssen. Naja, in der kaiserlichen Rüstung. Da müssen wir da angreifen können. Ich glaube, ich kann mich noch mehr behalten. Ob von jeder ein Sturmband mit Kleidung läuft. Egal. Im Grund des Rollplays wegen. Dann werde ich es mal versuchen. Da vorne ist schon die Stadt. Jetzt müssen wir mal merken, was ich anhaben. Ich habe mal ein Screenshot gemacht. Noch ein hässliches Foto mit dem Handy. Das ist natürlich alles viel schlechter. Dann sehen wir, was ich anhaben. Dann sehen wir, was ich da. Ich habe auch. Ich habe nicht etwas. Käse, dicho. Ich nehme mal schlecht Käse, noch dich so. So nehme ich Bisschen leicht bekleidet für den Winter Ich bin einer von euch Das ist wahrscheinlich nicht mehr nötig, aber Ich kann Bleibt auf der Hut Bisschen Dokumente Ich danke euch, Soldat Lasst uns einen Blick auf diese Dokumente werfen Ich warte noch auf Neuigkeiten über Verstärkung für die Festung Gut, sie ist unterwegs Und wir haben Informationen über feindliche Truppenbewegungen Hervorragend All die Sturmbantel-Kundschafter machen das Reisen gefährlich Schön, dass ihr es heil wieder hierher geschafft habt Warum nehme ich euch nicht einen Slug im Moorblick, bevor ihr euch auf den Rückweg macht Dann gehe ich mal Dann gehe ich mal eine mega Waffe Stärkste Waffe des Kaiserreichs Jetzt probieren wir dafür Ah ne, dann hauen wir mal ab Das Pferd haben wir da drüben abgestellt Was wird der Jarl dagegen tun? Wie sollen wir uns in unseren eigenen vier Wänden noch sehen? Jetzt erinnere ich mich Ihr seid doch das neue Mitglied der Gefährten Und was macht ihr da so? Geht ohne Schön in der Traverde zu sein Schön in der Traverde zu sein Schön in der Traverde zu sein Willkommen im Moorblick Wenn ihr etwas braucht, sagt es mir Es ist schön einen Gast zu haben Getränke für die Durstigen, Speisen für die Hungrigen Werft einen Blick darauf Ey Werft einen Blick darauf Kann ich nicht Hat geguckt Hmm Mhm. Hehe, Überlagen. Was sonst? Hoppla, mein Schwert ist mir runtergefallen. Mein Käser, dieses Schwert. Die Tunika ist mir gar nicht so schlecht. Die Tunika ist mir gar nicht so schlecht. Oh, wir können nur die Stahlrüstung tragen. Oh, wir können nur die Stahlrüstung tragen. So sehe ich wieder aus. Wie ich es auch sehen muss. Ich brauche hier keinen Screenshot für. Ich brauche hier nicht so schlecht. Oh, wir müssen die Stahl rum. Oh, wir müssen sie nicht so schlecht. Oh, wir müssen die Stahl zurück. Oh, wir müssen die Stahl wieder weg. das kaiserreich ist schwach darum bekämpfen wir es himmelsrand muss von den starken regiert werden ihr brecht zur festung schneefalker auf trefft euch mit den brüdern die sich gerade sammeln und vernichtet die rebellen anschließend werden wir die festung besitzt was meint eine weitere start in euch brennt ein richtiges feuer das gefällt mir talus möge euch leiden zum schluss noch mal eine schlacht warum nicht kommen wir wieder wir haben so viele nebenqueste hier die übernahme von der festung das wäre doch ein super ende für so ein let's play vom maurteil aus was nicht schaffen wird so ein lustiges ende für mich hier sind eigentlich normalen gehen Wenn die bemerken, dass die Nachrichten gefälscht sind, die wenigen gebracht haben, sollte man nicht dort sein. Wie wieder kommst du mit? Ja, du musst ganz schön sprinten, aber... Die Bomben war wieder in der Schlacht. So geht's. Was? Was? Aber wir haben nur die festen Knie gefeilt, ne? Die letzte haben wir doch so erfolgreich gemacht. Was? Obwohl sie mit dem Köln. Ich mach den Weg frei. Ich soll direkt nur suchen. Was? Wohin! Was? Wohin! Oh, oh! 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 Ich hab die. Oh! Ich muss mal was essen. Jetzt steht hier keine Prozentzeit auf 55% haben wir hier. Schmale Grad. Wir hätten hier kurz zum Heilen. Okay, hier wird schon aufgewandt. Guck mal von der Seite. 22%. Sehr schön. Ich will nicht runterfallen. und der Ball gehört uns, 12% verbleibend jetzt Getümmel stürzen will ich mich nicht, das ist unpraktisch, 5% nein, ich will hier nicht runterfallen ja, 0% sehr schön nein, das ist für unsere Sturmbantel wir gehen hier rein, wo es ausschaut ich muss hier runter ich muss Bericht erstatten das war der Eingang hier das war der Eingang hier nein, ich bin mit dem Flugsturmbantel ich bin mit dem Pferd geparkt irgendwo hier hoffentlich ach, da oben steht es so eine kleine Schlacht, kein Problem mehr für uns der Kern, was ich gleich haue daraus hervor so, ich berichte dir, dass die nächste Schlacht beschlagen wurde so, ich berichte dir, dass die nächste Schlacht beschlagen wurde ich bin im Palast für das Kochen und Putzen zuständig arme Saum Tullius wird sicher allmählich nervös ach so ach so das klingt doch fast schon final Sturm hat der Offizierhelm ich habe ein ganzes Uniform geschenkt inzwischen bekommen oh Gott, kann ich es nicht mehr tragen ich kann es jetzt nicht mehr tragen aber meines Trostens noch stärker 43 Sturmantel Armschienen Sturmantel Armschienen die Spuren Bistung 30 der war jetzt mein eigener der ist stärker die es stärker Sturmantel Helm 24 Und vierzehn, äh, acht und siebzehn. Tut mir leid, Leute, aber eine Rüstung ist besser. Ich fühle mich geahert. Im nächsten Durchlauf muss ich mir meinen Charakter stellen, der nicht so blass ist. Ich glaube, das sagen wir bei jedem Charakter, den man da stellt. Diese verdammten kaiserlichen Ketzer! Wo geht's denn hier raus? Das hat nicht verlaufen. Okay, jetzt raus. Mal schauen, ob wir noch die Schlacht auf die finale Schlacht hinkriegen. Alles in Ord? Wir gehören der Frost-Diestelhof außerhalb der Stadt. Ehrliche Arbeit. Schützlürig. Letzte Schlacht um Einsamkeit. Und da sind wir mit der Sturmwünsche. Schützen wir. Ja, wir gehen hier mit der Frügel. Ich werde nämlich zu Kampf. Sieht gut aus. Sieht aus, als wir noch würden. Okay. Was war das? Ein Drache. Ja, ich weiß, wo mein Karte krank aussieht. Eigentlich würden wir uns doch hier mit dem... Ich muss jetzt mit einem Drache entgegenkommen. Unsere Heimat von den Kaisern. Ihr brecht zur Festung auf. Trefft euch mit den Brüdern, die sich gerade sammeln. Und vernichtet die Rebellen. Anschließend werden wir die Festung besetzen. Was meint ihr? Schafft ihr das? Gut. In euch brennt ein richtiges Feuer. Das gefällt mir. Talos möge euch leiten. Die nächste Festung. Gerade habe ich gesehen, dass es noch drei sind. Wir kriegen bestimmt wieder Hasenfleisch. Ich kann es schon nicht mehr riechen. Sie beklagen sich hier beim... ... was essen. Hm, da können wir hin. Erstmal aufsachen. Ein kräftiger Tritt in den Allerwertesten bringt euch sicher wieder auf andere Gedanken. Wir werden diesen... ... Hier wurde mein Pferd abgestellt. Ach, da drüben im Wald. Es ist abgehauen. ... ... ... ... ... ... ... Einsam kennt man nur Pflicht zu nicht gehen, aber diese Festungen nehmen wir auch noch ein, zwei Festungen in einem Part, das wäre doch mal was. Ach, das war auch ein schöner Part, die Botschaft einnehmen. Ich erinnere mich dran, das war nicht übel. Da waren wir doch an diesem Hof gefangen. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, wie ich da rauskomme. Das Gäber waren das nicht die Ratten, von denen wir ein, 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 zwei Stich schon haben in der, in der Stadt. Ich laufe den ganzen Weg wieder zurück, bin sehr effektiv. Hier war das Lager, beeindruckend. Nein, wir laufen nicht noch mal durchs Lager durch. Oh Gott, nicht. Ich hätte es noch nicht geliebt. Wir haben uns noch nicht geliebt. Ich hätte es noch nicht geliebt. Vielleicht noch mal ein bisschen. Pferd abstellen. Dann stellen wir die nächste Festung. Immer speichern, immer wichtig. Falls wir drauf gehen sollten. Das sieht nicht so aus, als ob wir da drauf gehen. Nein! Nein! Nein, ja! Ich helfe mich hier vor. Was weichst du so zurück? Nein! 90% verbleiben. Ich stehe hier nicht gerade sicher. Nein! Nicht gegen alle. Ich ziehe mich mal ein bisschen zurück. Ich muss die Staten nicht alleine bekämpfen. 75%. Kommt noch weiter. Schalt mal die Wachen, äh die... Die Scharfschützen aus. Hier sammeln sie sich wieder. Oh nein! Ich wollte kein was essen. Nicht so gut. Nicht so gut. Oh, die Level von vorne. Ich muss das mit eurem Blut schenken. Jetzt reicht es. Oh nein! Ich kämpfe hier auf den ... So, um die Bombschützen, auch Scheiter. Eigentlich sollte ich hier von mir aus schießen. Also funktioniert auch die Bombschützen. 62% Irgendwann her, das sind viele. Wenn wir sie alle auf einen Haufen sammeln. Jetzt kann man nicht schießen. 50% Ich weiß noch nicht, ach du Scheiße. 27% Wir sammeln die sich da. Ja, na. Ja, na. Ja, na. Ja, na. Ja. Wow. Man, ein Gang. 10% Wir sind da noch 5% Die schaffe ich auch noch Okay, da sind Bogenschützen So wird es nix Ah, da ging ein bisschen unfair, oder was? Ich will das hier schnell beenden Ich müsste mein Übungsgeschen schon immeres entstecken Äh, Tom Aber ja Einfach abgemolchert Brutal Oh mein Gott Oh nein Wir sind weg Weitere Wir sind weg Oh mein Gott Ich werde mich noch mal versammeln. Ich bin jetzt komplett... Ich bin wirklich ein bisschen unsicher. Die Spawn-Up gefühlt immer aus dem Mix. 82% Die letzten 10% sammeln sich irgendwo rum auf jedem Stück hier. 97% Ich gehe sie mal hoch. Ach du Scheiße. Nicht schon wieder. Ja. Das ist ein Todesfall da oben. Ja. 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 Heilige Scheiße. Was ist das? 15% schnell speichern Ach du Scheiße, die spawnen wirklich aus dem X Heilige Scheiße Ich hab's gerade gesehen Wir tun es wirklich 5% Ich werde mal hier eine Minute stehen Nicht einkriechen Na komm Ah, die 5% da oben Am Araschalter Guck mal runter bitte Manche Einzelnen uns schalten hier am Eingang 100% verbleibend, ok ich hau ab Das ist schon mal klar Das schafft ihr alleine Manche Sturmband Nichts direkt hier Unsere Version ist erfüllt Ach das Pferd kommt schon hinterher Wir haben es geschafft Haltet die Augen offen Ist bestimmt ein Drache oder was Gute Arbeit Ulfrig hatte Recht was euch angeht Ich bin froh dass ihr bei uns seid Wir nehmen die Stadt ein Trefft euch mit den Brüdern die sich für den Angriff sammeln Vielleicht machen wir irgendwann noch einen weiteren Ort Vielleicht wird es dann nochmal was geben Wir sind einfach hier Ja das wären wir Wir nehmen die Stadt ein Wir festen euch mit den Brüdern die sich für den Angriff sammeln Kämpft gut oder sterbt gut Hier wurde wieder auf dem Feld arbeiten Beste Hundefrieg wird Befehle geben Die ganze Zeit Ich nicht Genau da Ja Ich sag nicht dass es zu Ende ist Die Schlacht findet auch dann vielleicht machen wir das irgendwann Vielleicht gibt es im nächsten Jahr irgendwann nochmal Ein Ort Kunstgeirr Das bietet sich an gerade hier bei der Schlacht Bei der großen Schlacht Aber Erstmal setzen wir uns hier an zu Feuer und Ja Können wir die Axt um die Weg stecken Ja Mehr oder weniger So Danke fürs Zuschauen Das war es erstmal mit Skyrim Nicht für immer aber Für erstmal Ich denke irgendwann werden wir die letzte Schlacht noch machen Ich denke irgendwann werden wir die letzte Schlacht noch machen Ein kräftiger Ja Treff in den Allerwertesten bringt euch sicher wieder auf andere Gedanken Sehr schön Sehr schön Was die Zeit so ergibt Bis dann Tschau Wenn du dann Ja Wenn du ja nicht Ja Ich bin Nein Ich bin Nein Ich bin Ja Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020